Hallo, Hallöchen! Willkommen in Hammerstadt, einer wirklich Hammerstadt und wir haben einen medizinischen Notfall. Wie war das noch? War das hier drüben? Ja. Ah, da oben. Okay, wo ist er denn? Du da? Oh. Das sieht aus, als wenn die Feuerwehr benötigt wird. Da holen wir als erstes mal zwei, einen RTW. Wir gucken erst mal was. Ach nee, brauchen wir gar nicht die Feuerwehr. Ja, da rückt der RTW schon aus. Lü-la, 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 lü-la. Machen wir mal das Brüllhorn auf. Brüllhorn, Brüllhorn. So, wir sind bei einer neuen Folge Imagens 4 Mods. Heute sind wir in Hammerstadt und sind mal ganz schnell aus Amerika. Wieder hier rüber geflogen nach Hammerstadt. Das ist wirklich eine sehr Hammerstadt. Du holst sie bitte ein Kofferchen. Du holst sie die Trage aus dem da. So. Du gehst hin und hilfst ihm bitte. Mais, wo kriegst du das hin? Ne, schaffst du nicht. So, so. Geht nicht. Bin unterwegs. Gibt es hier noch irgendwie einen anderen Weg? Ne. Okay, dann mache ich jetzt einmal bitte... Äh, hehehehe. Da. Wir springen einmal ganz schnell zur Feuerwehr. Machen einmal das Dach auf. Wie ging das noch? Hä? Wie war das noch mal im Dach? Ach, da steht doch Dach. So. Hau mal Start. So, du machst dich fertig auf den. Kommt hier noch einer? Eins. Da kommt noch einer. Höre. Du machst Gruppenführer Braue nicht. Gruppenführer Braue auf dem kleinen Auto nicht. So, du machst dich fertig auf den da, auf dem kleinen. Du machst dir erstmal noch das Tor auf, bevor du einsteigst. Und dann kannst du das Auto schon mal vorfahren. Und da ist der dritte. Ja, mach an. Ah, nee, AGT. Ja, mach, was du willst. Da steht er jetzt, ne? Du kannst schon mal das Blaulicht anmachen. Tralü, Trala, Tralü, Trala, Tralü, Trala. Tralü, Trala, drei Mann. Perfekt, perfekt. Auf unseren Mini-Rüstwagen hier auf dem schönen Unimog. So, ihr fahrt hierhin. Brüllhorn an. Marlinshorn. Schön, schön, schön. Ja, wie ihr jetzt schon gesehen habt, die Feuerwache in Hammerstadt ist eine fiktive Welt natürlich. Äh, und ist eine freiwillige Feuerwehr. Das finde ich extrem nice. Das muss ich ehrlich mal sagen. Weil ich mag freiwillige Feuerwehr. Genauso wie ich Wegberg mag. Aber das hier ist noch ein bisschen anders. Aber trotzdem cool. Mach mal Brüllhorn aus. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem kleinen Kehn. Wir müssen denen die Hecke freischneiden. So, wir schauen. Bisschen Hecke schneiden hier. Haha. Einmal die Hecke schneiden, bitte. Sonst können die dem nicht helfen. Das ist ja echt, das ist ja echt ein scheiß Einsatzort. Was? Muss erst die Feuerwehr, wenn wir eine Kettensäge anrücken oder was? Tralü, trala, tralü, trala. So, wir sitzen ab. Du holst dir eine Kettensäge. Ja doch, Kettensäge. Von dis Auto. Machst du jetzt oder machst du eh nicht so? Machst du jetzt. Sehr schön. Was gibt's? Dann nimmst du dir Kettensäge. Okay. Das sieht ja echt lustig aus. Und mach's bitte da. Gut, du hältst dich schon mal bereit. Ich alarmiere mir zur Not schon mal Notarzt nach. Dahin. Das NEF des DRK. Da sind sie auch schon auf dem Weg. So. Dem da helfen, bitte. So, F sitzen. Wir können wieder einrücken. So. Porken. Geht's dem? Ja, kann's dem nicht helfen, ne? Doch, jetzt. Geht das? Oh, dem geht's ja doch gut. Dann kann das NEF wieder... Oder warte mal, ich behalte den noch kurz hier. Das kleine NEF. Steig mal aus. Dann hol's hier schon mal einen Cover, falls passieren sollte. Jetzt wieder einsteigen. So. Kannst du den schon nehmen? Oder brauchst du einen Notarzt? Ne, wunderschön. Dann steigst du in den ein. Du steigst in den ein, du steigst in den ein. Du fährst wieder nach Hause. Die sind immer noch nicht zu Hause. Fahr doch mal ein bisschen langsamer hier, du bist nicht mehr im Einsatz. So. Wir haben hier ein MTF, beziehungsweise MTW. Wir haben ein LF, ein... ne, warte mal. Äh, komm. TLF, LF, Rüstwagen 1 und... Äh, ist das ein HLF? Ne, das ist ein 21er. Warte mal, lass mich kurz lügen. 10, was denn 10er? Okay. Das ist, äh, die Funkrufnamen sind anders. Hier ist es eine 30. Bei uns, da wo ich herkomme, ist das bei uns eine 33. Also eine Drehleiter. Ne, wahrscheinlich, keine Ahnung. Achso, du könntest ja mal... Geht nicht. Okay, dann legst du die ab. Du machst es weg und ich mach hier einmal bitte auf 1 und... Hauptquartier. So. Du steigst ein. Okay, jetzt hab ich grad fast gedacht, der nimmt den nicht mit. Mach das Brüllhorn aus, hier ist auch nix. Ich nehm mal ne Kreuzung. Ne, wirklich nicht. Du bist im Krankenhaus, keine Kreuzung. Wunderschön. Gut. Dann brauchen wir jetzt mal auf den nächsten Einsatz. Auf den nächsten Einsatz. Einsatz, Einsatz. Ah, Hinsatz, Einsatz, Einsatz. Patient wird in Notaufnahme angeliefert. Brav. Habt ihr brav gemacht. Jetzt fährt er hier lang, hier lang, hier lang und packt wieder ein in seine Garage. Da haben wir noch einen, der sieht ein bisschen cooler aus, find ich. Den hier. Und den hier. Und das... Löschen Sie alle Bände. Versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Wie viele Opfer haben wir? Eins. Okay. Einmal bitte ein RTV. Ein NF. Einmal die Pole. Zweimal die Pole. Oh, da kommen sie angerannt. So. Gruppenführer auf dem. Gruppenführer auf dem. Gruppenführer auf dem. Kann man auf... Hallo. Hallo. Die und Rosa können AGT machen. Du kannst Einsatzleiter machen. Einsatzleiter geht um den. Hallo. Ihr drei könnt bitte AGT auf dem machen. Könnt ihr... Ja, scheiße. Haha. Ist ja lustig. Hilfe, ich muss die erst mal auseinanderkriegen hier. So, aber du kannst schon mal hier die ganzen Tore aufmachen. So, du... Ne, war... Ihr drei. AGT auf dem. Den brauche ich da noch Maschinisten. Feuerwehrmann. Und du kannst auch einfach Feuerwehrmann machen. Bärma ausgelöst. Okay. Ist mir gerade kurz egal. Weil jetzt ist erst mal so... Vorfahren. Vorfahren. Machen wir den noch auf. Du steckst dann den ein. Da fehlt noch einer. Was gibt's? Wieso fehlt da noch einer? Komisch. So, vorfahren. Dann hätte ich gerne noch einen normalen Feuerwehrmann auf dem. So, macht sich jetzt eigentlich noch einer fertig oder wat? Steht hier noch einer rum? Ja. Ne. Hallo, mach dich mal bitte fertig für den da. Auf dem Weg. Magst du mich oder wat? Was ist das denn für ein Scheiß? Mach dich jetzt fertig jetzt. So, du rückst schon mal in Richtung BM aus. Wo ist denn die BM ausgelöst? Dann lasse ich den Einsatzleiter nach hier fahren. Blaulecht, ein bisschen Martinshorn. Ja geil, wie ist der denn ausgerückt? So, du fährst in Richtung hier bitte. Einmal bitte Blaulecht, Martinshorn und schon mal ein PA ausrüsten. So, wie viele fehlen hier noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, okay. Was gibt's? Wollen wir mal einen Feuerwehrmann? Wollen wir mal eine AGT machen hier? Ja. Ja, und dann noch zwei normale Feuerwehrmänner wär cool. Drei? Ja, tatsächlich. Feuerwehrmänner, ne? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Ey, du nicht, du nicht. Du mal. So. Gruppenführer hast du. Der ist schon vor Ort. So. Absitzen. Ihr zwei bitte mit Schlauch ausrüsten. Du sitzt. Hallo? Schlauch. Du hast ja auch einen Schlauch. Auf dem Weg. Pullen wir auch da dicht. Die Pullen wir auch da dicht. Sehr schön. Der RTW und das NEF können schon mal hier rumfahren. So. Du machst... Du kurbelst an den an. Du machst Maschinisten. Noch ein Stück dichter ran. Jetzt war ein bisschen dichter. Du an den ran. So. Du sitzt bitte den Verteiler. Zack. Dichter ran da. So, so, so. Ankoppeln. Gut. Ihr Fahrer kann noch ein Stück dichter fahren. So. Du gehst bitte nach da. Du gehst nach da. Und du solltest die Pumpe anmachen. Bist du schwerhörig? Pumpe anmachen. Du Pumpe anmachen? Ja, du kannst das. Okay. Gut. Wo ist der andere? So. Ihr könnt beide einmal absitzen. Du setzt sie zurück. Und ihr könnt ausrücken. Ja. Ausrücken. Ausrücken. Zack. Blau, Leicht, Martin, Zorn. Pressluft, Atme. Ja. Und den Rest, ja, schicke ich wieder nach Hause. Haha. Oh, ihr arm Schweine. Haha. So. Nef, fang mal ein Stück dichter bitte. Absitzen. Notarzt. Der sieht genauso aus wie im Originalspiel hier unten. Aber du sitzt auf. Kommst ja jetzt natürlich nicht raus, ne? Ist doof. Hallo, du sollst ihm helfen. Ist der tot oder wat? Oh man. Komm schon. Hol dir ne Trage aus dem. So. Wieso kann der dem... Der kann dem auch nicht helfen. Wieso geht das nicht? Nehmen wir einen Rucksack? Ich brauche mal hier ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Du. An den ankoppeln, sonst haben die hier kein Wasser mehr. Was schon passiert ist. Na toll, kein Wasser mehr. Ah, ein Schweine. Ah, Mann. Wieso kann ich denen ja nicht helfen? Komm schon. Wenn du dem jetzt auch nicht hilfst, weiß ich auch nicht, woher der ist tot oder wat? Ah, guck mal, das geht. Geh mal weg. Notarzt. Der Notarzt ist einfach bloß so inkompetent, Mann. Hast du drei Plätze? Ja, den kann der Notarzt auch begleiten. Hallo, du sollst da ankuppeln. Wieso macht ihr nicht das, was ich will? So. Die Einsatzleitung kann jetzt auch noch kommen. Oh, der Tank ist empty. Das finde ich gut. Ja. Weil, ist ja keiner da. Der Hilfe braucht hier, ne? So. Aufnehmen. Ja. Schick. Hallo. Oh, Mann. Aufnehmen jetzt. Aufsitzen. Gut. Hier, parken. Schaut auf das TL... Ist das jetzt ein TLF oder ist das das TLF? Ich weiß es nicht. TLF, LF, Rüstwagen und HLF? Ich weiß es nicht. Ich kann auch einrücken. Ja. Was kann der Gruppenführer eigentlich so? Nix. Das ist viel. Viel nix. Hallo. Oh, Mann ey. So, Feuerwehrmann, du kannst auf der rumlaufen. Sehr schön. Armes Schwein. Kann hier tausendmal drum rumlaufen. Zack weg. Zack. Jawohl. Minus. Minus. Und noch mehr Minus. Kannst du auch befehlen, dass alle einsteigen sollen? Nein, kannst du nicht. Wenn Fahrzeug einsteigen, was kannst du? Kannst du Feuerlöscher holen. Ja, du kannst nichts. Nichts kannst du. Bist dein Taugenichts, du kleiner Gruppenführer, du. Wo bleibt der denn? So, ihr könnt ja auch wieder parken. Aufsetzen. Es wurde ein Brandausbruch gemeldet. Ursache unbekannt. Löschen Sie die Brände. Auf den Weg. So, gleich der nächste Einsatz voll besetzt. Ta-dü, ta-da, ta-dü. Du stehst in der falschen Halle, Mann, du Vollpfosten. So. Ta-dü, ta-da, ta-dü. Komm, dann hole ich die Einsatzleitung. Wenn die Einsatzleitung noch da ist, dann kann ich ja die Einsatzleitung auch mal holen. So. Ja, geil. Der stirbt mir hier wahrscheinlich gerade. Ja, nicht ganz so. So. Krankenhaus. Jetzt parken. Positioniert sich so. Gut. Absitzen. Positioniert sich da. Positioniert sich hier. Beziehungsweise so. Zack. Absitzen. Absitzen. Gut. Dann kannst du dir einmal einmal bitte eine Schlauch holen. Dann kannst du dir bitte eine Schlauch holen. Dann kannst du dir eine Schlauch holen. Du kubbelst diesmal direkt an. Ja, würde ich sagen, geht doch gar nicht. So, mach mal, Geniet. Du holst hier bitte auch einen Schlauch. Du kubbelst ihn da an. Wie voll ist deine Tank? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Wollen wir uns einen neuen Schlauch? Machen was? Der kann das wieder nicht. Du kannst das. Da ist Wasser. Hol dir Wasser. Und kubbelst ihn den an, bitte. Na, hallo. Da. Hallo. Idiot. E- Ei, 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 was ist denn das hier? Der kann das wahrscheinlich auch nicht. Machen wir mal Minus, hol du dir mal einen Schlauch. Ist du der Maschinenlist? Feuerwehrmann und Atemschutzausbildung. Was bist du? Atemschutzgeräteträger, Feuerwehrmann? Hm, keine Ahnung. So geht das nicht. Das erklären wir mal einer. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, kannst du das auch, was der Gruppenführer kann? Ne, kannst du nicht. Aber der Gruppenführer kann das hier. Passt mal auf. Der kann das. Geh mal ein bisschen dichter ran. Achso, war sehr leer, ne? War sehr leer. So, und du fährst jetzt ganz schnell so. Zack. Dicht ist. Dicht ist. Und der Gruppenführer kann sich da hinstellen und auch den Verkehr leiten. So, komm her, hier. Verkehr leiten. Verkehr umleiten. Sehr schön. Du sollst da ran kuppeln, bitte. Geh mal nach da hinten und löschen mal die Mülleimers, Mülleimers. Das hat ja super geklappt. Oh. Oh. Ach, nee, ist bloß der. Ist hier los? Ist hier los. Achso. Du kannst auch wieder parken. Nicht, dass ihr gleich noch in den Zug kommt und das ganz böse Auer macht. Das könnte wehtun. Das könnte wehtun. So. Wie weit seid ihr? Oh. Oh, das Haus brennt. Mayday. Mayday. Das Haus brennt. Das habe ich gar nicht gesehen. Äh, ja. Alarmstufe 1 sollte reichen. Ich brauche ja bloß drei Mann für die Drehleiter. Ups. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gar nicht mitgekriegt. Du holst mal noch die FF nach da. Bitte. Danke. So, seid ihr schon da? Ja, da. So. Du machst, äh, Angriffstrupp. Also, Agit, 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 Agit. Drei Mann passen, glaube ich, reingruppenführer, brauche ich da drauf nicht. So, du machst Tor auf, bitte. Tor auf. Titan, Tor auf. Titan, Tor auf. Ja, ist klar, ich stehe hier so, äh, hö. Ja, geil. Okay. Äh, hol dir mal bitte einen Schlauch. Du holen dir auch bitte einen Schlauch. Ist ja sehr schön, dass da, ne? Finde ich gut. Guri. So, ihr seid... Nein, ich möchte in das Fahrzeug einsteigen, bitte. Ich möchte nicht die Drehleiter installieren. Du fährst bitte nach hier hinten. Und machst bitte einmal... So, ankoppeln. Gehst bitte nach da. Und setzt den Verteiler. Dankeschön. Ja, jetzt fängt das nächste Haus an zu brennen. Sehr geil. Du koppelst an den an. Was bist du? Bist du Feuerwehrmann? Feuerwehrmann. Feuerwehrmann mit Atemschutz. Da. Atemschutz. So, du stellst dich bitte nach hier hinten. Und du kannst nochmal die nächste FF bitte nach hier beordern. Scheiße, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das hier das Haus brennt. Kacke! 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 Kennt ihr den Herrn Kacke? Der ist voll Kacke. So eine Kacke aber auch. Scheiße! Ja, geil. Jetzt kommt die Drehleiter hier nicht mal durch. What the fuck? Hilfe! Mayday! Mayday! Ach man! Gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde aus diesem Part zwei Folgen machen. Weil das Haus hier jetzt auch noch brennt. Gut, ich brauche... Gut. Ich sag mal so, du kannst die letzte FF bitte nach hier alarmieren. Hallo, ihr sollt nach hier hinten, bitte. Ihr zwei nach hier hinten. Na da erst mal. Komm her hier jetzt. Ach du Kacke, was bist du denn? Klippenspringe? Bist du auch Klippenspringe? Du bist auch Klippenspringe. Ach du Scheiße. Und ich komm da nicht durch, oder? So, nimm mal ein bisschen Anlauf hier. Und jetzt da durch. Komm schon. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Da durch. Komm schon. Komm schon. Na gut. Okay, dann eben nicht, weil hier brennt es auch schon. Dann stell dich da hin. Kommst du da durch? Wo ist jetzt der... Ach, der ist schon da durch. Okay. Absitzen. Absitzen. Wäre cool, wenn du jetzt... Kannst du noch fahren, ja, ne? Fahr mal da raus, bitte. Geht das? Dankeschön. Was bist du? Einsatzabschnittsleiter. Okay, du. Äh, absitzen. Hä, hä, hä. In den Korb? Okay, ich würde sagen, ich habe auf voller Linie versagt. Das Krankenhaus wird auch gleich abbrennen. Wo bleibt die nächste FF? Ich schneide hier kurz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Emergency Firmen Mods und in Hamerstadt. Genau. Bei einem relativ kleinen Brand. Okay. Bis später. Ciao. 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 Vielen Dank.